Das ist die rechte Mauer! Vertraue! Kolonne Linie rechts von mir. An der Mauer entlang. Abkürzen könnt ihr Leute. Das hat keiner was von den Knien gesagt. Da muss ich Crowd aber zustimmen. Das... was geht, Alter. Bei mir ist das grad alles voll. Ein bisschen verbuggt. Ok. Kolonne Linie links um. Vorwärts. Marsch. Kolonne Linie... Links von mir. Anlegen Kopfhöhe. Lasst euch Zeit beim Zielen. Wer nicht mehr rein kommt hinten rein und nicht irgendwie sich dazwischen drängen. Feuer. Naja geht so. Selbe Höhe anlegen. Feuer. Wer hat euch nur so versaut und schießt ihn langsam. Vorwärts. Marsch. Gämmelsch. Oh, komm. Neh. Nachts. Maher kommt. Krämmelsch. Naja. Tja. Das ist super, der macht das schön. Wo bist du? Wo? Tempion? Stehst du jetzt? Das ist Kari Krafo. Okay, das ist gut. Das ist Kari Krafo. Okay, die schießen nicht, das ist ein gutes Zeichen. Doch. Die Krafo haben weg, das ist geil. Jetzt müsste ich in einer Adlerie durchschießen. Die müssen, finde ich, auch die töten. Ähm, Kolonne... Kolonne kehrt. Ja, ich weiß, dass sich das andere alles scheiß anhört, muss ich aber das benutzen. Kolonne vorwärts Marsch. So, wir werden jetzt brutal auf 90 seconds zustürmen und sie alle töten. Ich erwarte 5 Kills von jedem. Und ich verbiete euch zu sterben. Ok, und was ist, wenn du zuerst sterbst? Ich hab's ja nicht mir verboten. Ich hab's ja nur euch verboten. Ein guter Soldat folgt seinem Offizier den Tod. Moment mal, ihr macht das, was ich euch sage und nicht was ich tue, also... Leute, ich hab's euch jetzt noch vorne auf dem Crewfighting selber erklärt. Erster Schritt, stell dich erst mal vor es gibt, damit er keinen Schlag blocken muss. Genau. Das ist wirklich... Ja. Ihr seid faul, Leute. Also, macht ihm doch den Gefallen. Macht's ihm doch. So, Kolonne, Linie rechts von mir. Anlegen, Kopfhör. Abkürzen, Leute. Feuer. Kinder, 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 freist Feuer ab jetzt. Nice game. Weiter mit der Piste. Auf die, die stehen, kommt schon, Jungs. Punkt auf den Kopf. Kommt schon, kommt schon, jetzt. Freist Feuer. Halb, du darfst aufritten. Sehr gut, weiter so. Halb, kehren wir ein bisschen weiter nach hinten. Nix mehr. Weiterfeuern, weiterfeuern. Ich glaube, das kann man nicht gut, ich glaube, unser... Kolonne, Charge. Niemand schießt mehr. Alle Mann, Charge. Niemand lebt noch. Macht sie fertig. Ich will nicht zu viele Tore sehen. Am besten gar keine. Sehr gut. Wir verkennen die, wir verkennen die, wir verkennen die. Sorry. Ja, gut. Ah, Jungs. Nicht so viele auf einen drauf. Nicht so viele, maximal drei. Nein. Wir müssen mal richtig aufpassen, verdammt. Nicht so weit weg, nicht so weit weg, dass wir nicht so weit weg ziehen von dem. Sehr gut. Hinter mir einrein. Genau. Hallo, ich sehe... äh, vorwärts, Kolonne vorwärts Marsch Danke Ja, fertig Ah, voll gut Ah Warte, wenn das auch so ne Sekunde... Warte, wenn das auch so ne Sekunde... ...dass ich dich nicht nachladen lassen habe Weil wenn ihr wirklich noch ne Sekunde zum Nachladen braucht, dann kommt das noch fertig, feier Und bringt's ja aber wirklich nix Außer wenn ich sage vorwärts Marsch, dann heißt das nämlich, dass wir uns vielleicht beeilen sollten, Herr Feldwebe Ja, klar, aber so ne Sekunde... Ich mein, andere Leute bleiben noch ne Sekunde stehen, weil sie schlafen So, äh, wer die gegnerische Artie sieht... Bobby, ich mein's ernst Wer die gegnerische Artie sieht, der äh, sagt Bescheid Direkt voraus Und der kriegt eine heiße Nacht für Stiffneck Direkt voraus Okay Jetzt fliegt die aus einer heißen Nacht für selbst gewonnen Viel Spaß mit deiner Hand So, ähm, jetzt wird's kritisch Weil immer wieder keiner mitkommt Weil wir 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 keiner mitkommt Ah, die C direkt da vorne Was, äh, wann tut sie das nicht? Leute, was machen wir jetzt? Tutten Angreifen Tutten Kolonne Halt Linksum Anlegen auf die Infanteriekapfel Oh mein Gott, Feuer ist frei Weg Weg Sehr gut Schnell weg hier Haha Ah, wir haben Skammisher von rechts Verbündete Schöne Hälbchen Sehr schön wird Hälbchen, sehr Sehr guter Schuss Ich hoffe Feuer abbrechen Feuer abbrechen, go go Äh, alle mal nachladen Ist die Art rechts neben dem Haus Ja, rechts neben dem Haus Zwischen, linksum Zwischen der Streitmauern Vorwärtsmarsch Okay, ähm Herr Raunol, Kanone zieht auf euch gleich Kolonne Äh Aufwächern Weit aufwächern Weit aufwächern Weit aufwächern Weit aufwächern Weit aufwächern Niemand schießt Niemand schießt Niemand schießt Niemand schießt Ihr dürft, äh Chargen Macht sie fertig Wir konnten noch ein Cavallerist, Leute Aufpassen Bleibt ein bisschen zusammen Aufpassen Jeder deckt seinen Teammate Ich mach jetzt einen Ghost Charge Noll Kommt schon Leute, wir müssen uns reißen Da gehen zu viele drauf, Leute Da gehen viel zu viele drauf Da gehen viel zu viele drauf Holze euch Ja, das ist, wie gesagt, der Krieg Ähm Ja, das ist, wie gesagt, der Krieg Ähm Das kann doch nicht wahr sein Ja, ich hab's Linksum Irgendwie hab's geahnt Vorwärtsmarsch Von die Flanker rein Ach komm, ey Das gibt's doch nicht Alle meinen letzten Schuss aufgeben Alle meinen letzten Schuss aufgeben Hä? Ähm Ich werde wahnsinnig Vorwärtsmarsch Wie? Nein, die Arti, die trifft uns nicht Wie denn? Ja, das gilt jetzt für diese Po Ja, das hast du nicht Ja, das gilt jetzt für diese Po Ohhhhh Linksum Vorwärtsmarsch Oder was? Genau Wird er wieder Ohhhhh Nur eine Flanke 64 Kills Die haben wahrscheinlich auf uns gezielt Macht ihr das, dieses Hochschwingen des Pferdes? Äh Strang und J Steuern Steuern Okay, ähm Alle meinen vorwärts Alter, das wird ein Mega-Charge Das macht Aua Wir gehen direkt in die Mitte Einer geht rechts vom Cap oder von der Flagge Naja, jetzt Fragona Jure Putter Okay Alle Mann, heben mal die Schwerte an Schlag von oben, genau Schlag von oben, kein Block von oben Schlag von oben Okay, alle Mann, Charge Robby, dein Part Robby Das ist voll versaut Charge Los Oh, King and Country Richtig Kämpft euch durch Ey, hier ist nichts anderes Das liegt rum wie Scheiße, Mann Ja, und wie? Und wieso bin ich Erster? Weil du vielleicht einen Kill gemacht hast Na toll Ich hab zwei Kills gemacht und ich bin Erster, ey! Uncool Machen, Screenshot und häng dir, wann's geht Darf ich erwähnen, dass ich in den Kurs mal ziemlich ja... ...nichter Geek bin? Aha, ich bin Erster, drei Kills Verdammt Volker legt den Server, jetzt sofort Ich bin sowieso gleich tot Okay, ich hab noch einen Verdammt, Volker Ich hitte einfach nur alle an Ja, ist ja nicht so schlimm Okay, bin tot Oh, ich auch 4 zu 1 3 zu 1 Mein Pferd ist zu, trink mir ein Pferd, los! Ich hab jetzt grad umacht Wo bist du? Oh! Oh! Das ist das nächste Mal, der Drehtabler dringt Training Ja, ich bin so so wie ich glaubst Wie verfolgt man Niko? Ja, ist gerade der Das passiert, wenn man sich ein gegnerisches Pferd nimmt Weil man wird nicht mehr als Freund erkannt Ja, wirklich? Ich hab nur das Pferd gesehen! Oh, Robby, verdammt! Ich hab nur einen Kill gemacht! EINEM! Ich hab sechs Leute angehittet und die haben alle Kill ...